Liebe Zuschauende, das Finanzdepartement präsentiert das neue Budget 2024. Grosse Überraschungen bleiben auch in diesem Jahr aus. Während die Nettoinvestitionen deutlich ansteigen, rechnet man auch im 2024 mit einem Aufwandüberschuss. Das geht zu Lasten vom Eigenkapital und soll keinen Einfluss auf einen Steuerzahler haben. Das Finanzdepartement der Stadt Zürich hat, wie gewohnt, im September das neue Budget fürs 2024 vorgelegt. Das Budget der Stadt Zürich sieht bei den grossen Zahlen plus minus gleich aus wie im Vorjahr. Wir haben ein Defizit von 175 Millionen Franken, um wir im Parlament beantragen. Und Investitionen, die allerdings so stark angestiegen sind, sind auf rund 1,6 Milliarden Franken. Für das 2024 will man Nettoinvestitionen von knapp 1,6 Milliarden Franken tätigen. Da reden wir von Schulausbau, da reden wir von Institutionen in die Wasserversorgung, Erneuerung der Leitungen, da reden wir im Energiebereich, der investiert wird in Windkraftanlagen, da reden wir Sanierungen von den Verwaltungsgebäuden, da reden wir vom Bau von Parks, und vor allem die Fernwärme, der Ausbau, der jetzt anrollt und Kosten verursacht, aber auch die ganze Wohnlegenschaft, um den Heizingsatz zu machen. Das ist eine unglaubliche Breite, die die Stadt Zürich investiert. Schon in den vergangenen Jahren konnte man jeweils positiv abschliessen und schwarze Zahlen schreiben, obwohl man in der Budgetplanung ein negatives Ergebnis prognostiziert hat. Ich glaube, dass es verschiedene Faktoren gibt, die dazu führen werden, dass wir letztlich am 14-Jährigen positiv abschliessen. Aber hinten raus drohen Steuerausfälle. Durch einerseits Vorhaben vom Kanton, Gewünschsteuer zu senken bei den Unternehmen um 15 Prozent, oder die Individualbesteuerung, den der Bund würde einführen, die auch bei der Stadt Zürich massive Ausfälle mit sich bringen würde. Das ist eine rechte Herausforderung. Gleichzeitig haben wir weiterhin steigende Kosten, sei das im Schul- und Betreuungsbereich, sei das Institutionen für Netto-Null-Klimawandel. Die Herausforderung ist, dass die Schere nicht aufgeht, so dass wir sie zusammenhalten können und dass es statt Zürich plus minus immer ausgeglichen Abschlüsse hat. Das Finanzdepartement ist positiv gestimmt, dass man auch im 24 mit positiven Zahlen abschliessen kann. Insgesamt zeigt auch die Erfahrung, dass wenn die Einnahmen stabil bleiben, und da haben wir gute Schätzungsinstrumente, dass die Ausgaben zurückkommen können oder einfach nicht ganz realisiert werden können, alle zusammen, sodass wir wahrscheinlich auch bei der Rechnung 24 werden, eine schwarze Null zum Schluss haben. Gemäse dem Stadtrat Daniel Leubi hat auch kreditsweise einen Einfluss auf die Finanzen der Stadt Zürich. Das hat einen Einfluss. CS Schweiz hat ja gewünscht in den letzten Jahren, die ist ja nach Too Big to Fail hat sie ja gründet werden, eine eigene Schweizer Einheit. Und die hat sehr gute Ergebnisse gegeben, die hat auch entsprechend Steuern gezahlt, hat das im Geschäftsbericht auch ausgewiesen. Von diesen Steuern ist ein substanzieller Teil auch in der Stadt Zürich geflossen. Und das fällt jetzt weg. Und entsprechend haben wir dort einen Dellen bei den Einnahmen der juristischen Personen. Wir haben zwar keinen Spülraum, um den Steuerfuss von 119% zu senken, aber auch eine Steuerfusserhöhung sei nicht nötig. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist schon seit mehreren Jahren damit zu rechnen, dass eigentlich, wenn wir alles investieren können, was plant ist, dann würden wir tatsächlich Mittel mehr aufnehmen müssen. Man kann nie ganz alles investieren, weil sich Projekte verzögert. Zum Teil haben wir Reserven in den Projekten, die es dann nicht braucht. Also letztlich steigt es nie ganz so steil an. Und zum anderen haben wir aber gewisse Reserven aufbauen. Wir haben bewusst unser Eigenkapital erhöht, damit wir, wenn es mal schlechter wird, nicht über die Steuern die Bevölkerung belasten, sondern dass wir auch damit leben können, dass wir mal ein, zwei Jahre Defizit hätten und nicht mit den Steuern unternehmen müssen. Mit der Strategie von Stabilität vom Stadtrat ist man also zuversichtlich, dass man eine gute finanzielle Ausgangslage mit einem hohen Eigenkapital und reduzierte Schulden hat.